Kurz vor 20 Uhr, ich stehe hier auf dem Footballplatz und darf gleich mit den Heilbronn-Meiners zusammen Football spielen. Sven, du bist der Trainer, bald ist Superbowl, ich bin ready. Kriegst du mich noch fit bis dahin? Ja, dass du sagst, du bist ready, das ist schon mal okay. Das sehen wir nachher nach dem Warm-Up allein schon, wie ready du bist und ob du das Training durchstehst. Wir sind gespannt, die Jungs sind ganz heiß drauf, mal zu schauen, was du alles aushältst und was du alles mitmachen kannst. Und von dem her, wir schauen am Ende mal, was du danach noch sagst. Ich befürchte, ich werde ein bisschen weinen. Ihr seht's gleich, viel Spaß. Schick siehst du aus. Danke. Wie fühlt es sich an? Ich fühle mich sehr breit, aber wenn ich mich so umschaue, sind einige breiter als ich. Wir machen das Warm-Up und dann geht jeder gleich in seine Gruppen, das heißt in die Phase. Quarterbacks zusammen, Receiver zusammen, Runningbacks, O-Line, D-Line, Linebacker, DBs, jeder geht zu seinem Coach, jeder weiß, wo er hingehört. Das Warm-Up hat schon ganz schön in sich gehabt. Ich habe von Anfang an gesagt, das war das Schlimmste. Es war gewesen. Aber weiter geht's. Man merkt, er ist noch ein Anfänger. Das steht fest. Aber er macht Fortschritte. Man merkt, dass Ansätze da sind. Es ist noch einiges an Arbeit zu erledigen wahrscheinlich, aber nicht hoffnungslos. Definitiv nicht. Es geht mir jetzt wieder besser. Ich war zwischendurch echt wirklich am Ende. Es ist super, super anstrengend. Und fordert super viel Kraft. Das ist aber super geil. Macht Spaß. Sven, was meinst du? Was hast du mitbekommen? Wie habe ich mich geschlagen? Ich bin überrascht. Ich habe die Ansprüche wirklich tief gehalten und wirklich gedacht, Mensch, wir schauen mal, dass wir Leben dir durchbringen. Du hast dich super angestellt. Auch der Coach Kevin hat mir gesagt, dass da viel Potenzial war. Also wenn du dabei bleibst, mach mal einen Pass und dann spielst du dieses Jahr bei uns in der Offense Line. Okay, ich bin gespannt und euch halten wir auf dem Laufenden. Ciao. Ich bin fix und fertig. Das war mein erstes Training bei den Halbron Miners. Wie sich das Ganze entwickelt, das werden wir sehen. Am Super Bowl bin ich leider nicht dabei. Aber das war zu erwarten. Aber es ist auf jeden Fall krass hier. Und falls ihr Bock bekommen habt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Die suchen hier noch schwere Jungs. Ihr seid am Start. Ich war es auch.